Liebe Mitchristen, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Dieses wichtigste Gebot der Christen gibt uns Jesus im Evangelium dieses Sonntags noch einmal mit auf den Weg. Es ist eigentlich das Lebensprogramm eines jeden Christen, einer jeden Christin. Ich glaube, ein tiefer Glaube an Gott und die Liebe zum Mitmenschen, das sind zwei Fundamente in unserem Leben, mit denen unser Leben gelingen kann. Dies war meine letzte Videobotschaft als amtierender Pfarrer von Montabaur. Zum 1. November werde ich in den Ruhestand treten, aber als Priester tritt man nie in den Ruhestand. Als solcher werde ich auch weiterhin für die Menschen da sein. Mir ist im Laufe der letzten Jahre ein Wort von Dietrich Bonhoeffer sehr ans Herz gewachsen. Er sagte einmal, wer das Morgen ganz in die Hand Gottes legt und heute ganz empfängt, was er zum Leben braucht, der ist wahrhaft gesichert. Ich wünsche Ihnen allen Gottes Segen, alles Gute und bleiben Sie gesund.